Guten Tag, Herr Jung. Herr Doktor, ich hab's schon wieder getan. Herr Jung, das ist aber gar nicht gut, wenn ich das so höre. Aber da kommt diese Stimme in meinen Kopf und dann kann ich nicht anders. Sie müssen damit aufhören, sonst wird's nie besser. Ja, aber ich hatte doch noch Zitronen übrig. Hey, Callahan. Es ging in die Hose, tut mir leid. Aber man soll nie aufgeben. Jetzt hör mir mal gut zu. Einst wollten die Zitronen so groß sein wie Melonen. Sie fanden auch das Gelb abscheulich. Wollten rot sein oder bläulich, Gott hörte die Beschwerden. Sagte, tut mir leid, das kann nicht werden. Ihr müsst so bleiben. Ich bedauere, da wurden die Zitronen sauer.